Ich hab mir auch kein Scheiß oder so. Weiter. Okay, Number 6. Viele arbeiten nicht gerne da, wo man... Ah, warte nochmal. Viele arbeiten nicht gerne da, wo sie wohnen... Mink, was ist los? Warte. Viele arbeiten nicht gerne da, wo sie wohnen. Oder umgekehrt. Ganz sorry, die... So ein Schweingesicht, ey. Warum lachst du mich aus, Mann? Ja, sie lachen die Lieder, sie lachen alle, ich wusste auch, Mann. Okay, Mann. Du singst, ja, Mann. Gibt es die Folge von Femme, wenn sie so auf Melodie singt? Viele arbeiten nicht gerne da... Ich hab nicht so viele Leute arbeiten gegessen, hast du? Okay. Viele arbeiten nicht gerne da, wo sie gerne wohnen. Oder umgekehrt. Nein, wo sie wohnen oder umgekehrt. Also guck mal, ich stelle es auf meine Art. Ja, okay. Also nicht jeder mag da zu arbeiten, da wo er wohnt. Ist es für euch... Mingyata. Da sie einen Abstand zu der Arbeit benötigen, wie ist es für dich, Bushido, von zu Hause aus zu arbeiten? Wie ist es für euch an... Bei mir. Ja, okay.